Ja, Leute, ich... Oh, ich kann es nicht sehen. Nein, der Maul. Bruder, wir müssten einen Dreiheilgang mitten in der Straße machen. Komm her. Nein, geh kurz weg. Ich muss kurz mit ihm was reden. Jetzt lasse ich oben am Spielplatz gehen. So oben Richtung Spielplatz. Und oben lassen so pranken, dass wir irgendwo das Handy hinstellen und jetzt so richtig ab. Ey, wir gehen Richtung Spielplatz. Ja, komm. Komm danach. Ey, Tobi, hast du Bock mein Skateboard zu tragen? Nee. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt ein Skateboard tragen. Aber er hat eigentlich gesagt, dass ich mitspiele. Das hat er eigentlich gesagt. Leute! Spielst du, wenn ich du wäre, mit? Nein, ich hab Bock. Okay, komm, ich spiel mit. Aber ich fang an. Ich fang an. Wenn ich du wäre, würde ich mir nicht mein Skateboard tragen. Das würdest du am besten nicht machen. Dann wäre ich glücklich. Wie spielst du, wenn ich du wäre? Hey! 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 Reiner! Ich frage mich, warum ich hinten beim Krisi gehe. Leute, wer ist bei der Firelink Feuerwehr? Der schreibt direkt unter. Der schreibt so runter ... Und so ... heißt, bringe ich nicht zu. Also wir sind deine Musik. Leute! Warte, ich nehme jetzt alles, was hier passiert. Ich hatte gerade so Glück. Ich finde, das muss ich meine Eier einzwingen. Sieht man alles? Weiß ich doch nicht. Warte, ich spring kurz über Leon drüber. Und tschüss. Ja, das ist ein Fortschritt. Das ist besser. Ja, Marston, man sieht alles. Ruhe auf! Ich schwöre! Hallo! Leute, wir zeigen euch jetzt das, was wir vorher gemacht haben. Du bist du! Das zeigen wir euch jetzt. Ich gehe da hin. Er will hochkrettern, ich gehe da hin. Er will da rüber, ich gehe da hin. Er will da hin, ich gehe da hin. Geh rein, geh rein, geh rein, geh rein. Wir machen jetzt direkt das gleiche. Ohne, Leute. Ohne, Leute. Einfach so, dass ich da runter schaue und so. Oh, er macht deine Maul. Das tust, tust. Bleib nicht, keine Richter. Gott, ich will das nicht anziehen. Ich habe mir Sandra erzählt wie Lina. Mach nicht ohne, du uns zu kommen. Ja, okay. Aber mich küssen. Ohne, Lina. Ja, okay. Ja, okay. Ich spring, ne? Ich spring. Ohne, was ist mit dir, du Pisser? Nicht? Ich schwör. Ohne, mich sieht du in den Hintergrund. Mich sieht immer in den Hintergrund. Oh, scheiße, jetzt ist ich weh da, Digger. Juck mich. Oha. Kapu Samura, erzähl. Bist du's einfach. Oh, oh. Ich kann nicht mehr. Blutzeug. Blutzeug auch noch nicht. Leider, wer geht? Oh, mein Gott. Blutzeug auch noch nicht. Oh, mein Gott. Bobe macht das nur nichts. Du weißt, dass dein Fahrrad krass. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Also, nicht zum Händen schrotten soll. Ja, stimmt. Leute. Stimmt. Erzklicken, rutschlautsch. Leute, ich nehm euch jetzt auf meine saubischissene Tour mit. Zwei Leiter. Und die Samura. Sieh, wieder, wieder. Wer sagt, dass das Handy kaputt wird? Die schreiben mal eine Eins in die Kommentare. Und die sagen, nein, es wird nicht kaputt. Schreibt mal eine Zwei rein. Leute, wer sagt von euch, zwei es wird kaputt? Wer sagt, es wird kaputt? Ich, nicht. Ich, nicht. Ich sage eine Eins. Ich, nicht. Ich sage eine Zwei. Lers, ich, nicht. Was sagst du? Eins. Okay. Chris sagt, es wird kaputt. Ich sage zwei. Chris? Nein, es wird nicht kaputt. Okay. Es wird nicht kaputt, sagen alle. Leute, jetzt wird Ketchup. Leute, richtige Antwort war zwei. Oh, Digger. Digger. Ich bin gerade so richtig kaputt. Kaping, wank, wank, wank. Und dann weißt du, ob du bist an der Wandangrenze. Da habe ich gesagt, du bist ein. Wann hat er uns gesagt? Der Mensch hat eine Glasscheibe an. Bei uns. Wo bei uns? Bei mir. In der Schule. In der Schule. So, Leute. Da, in der Bauland. Ja, Leute. Du weißt, wo unsere Klasse ist. Ja. Zu uns. Genau da am Rand bin ich mit der Schulter angelaufen. Und ich sage es noch am Rufo eigentlich mit der Hand. Ich sage so, ja. Ja, er sagt so. Richtig. Ich bin schon gleich fast recht. Aber ich bin höher jetzt. Ich bin höher, Digger. Bruder, ich knack aus mich jetzt. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Alter, Digger, Digger, Digger. Ich kann nicht mehr passieren. Ich dachte, ich fliege jetzt runter. Leute, ich knack mich jetzt aus. Digger, ich dachte, ich fliege jetzt runter. Leute, ich knack mich jetzt hier aus. Wer sagt die Schone nach sein so, wer sagt nicht nach sein so. Oh, Digger. Oh, der hat mich drauf. Wer? Nicht mich. Nee, du wirst ja. Ich will mich jetzt auch schnacken. Ja. Ah. Sorry, Leon. Ja. Einmal. Weil du mich zweimal drauf hast, Chrissy. Please, hör auf jetzt. Ich knack mich jetzt auch aus. Ja, okay. Ich mach mit. Warte, was ich rüber. Ja, das stimmt. Drei, zwei, eins. Ja. Oh, der hat mich nicht alle funktioniert. Oh, du weh. Digger. Ich hatte gerade das Gefühl, mir hat irgendwer auf die Eier kritten. Geh, was? Auf die Eier kritten. Echt? Ja. Alter, aber ja. Ah, ah. 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 Echt? Digger, wir haben nichts gemacht bei dir. Oh, der hat mich gerade für mich gewollt. Nein. Digger, doch, ich. Das kriege ich auch. Oh, hast du das nicht bekommen? Lernen, du hast das besprochen, Digger. Auf, Schatze. Oh, jetzt darf ich so sehen, meine Eier blieben. Auf, Schatze. So bin ich nicht so? Ja. Ja, ich bin so gesessen und da ist mir was so liegen geblieben. Ja, okay, du darfst. So liegen geblieben, Digger, Leon. Mensch, ist pach. Was gibt's los? Ich habe meine Häuser nicht. Oh, der. Bruder, ich habe ein Herzstein gefunden. Ich habe meine Nestschackel, dich ausknocken. Ja, genau. Bruder, das mache ich jetzt. Bruder, ich schacke mich jetzt ganz hoch. Warte, ich stummelt es so wirklich weh. Schäfer, was tut mir den leeren Eier? Das war schon mit dem Video von mir. Ciao. Ciao. Ciao.